Cyberport präsentiert die Ring Video Türklingel Pro. Bei der Erhöhung der Sicherheit in den eigenen vier Wänden helfen Überwachungskameras. Dass solche nicht nur gegenüber ungebetenen Fremden, sondern auch willkommenen Gästen nützlich sein können, beweist Ring mit der Kombination aus Türklingel und Kamera. Die Ring Video Doorbell Pro ist etwas schmaler als aktuelle Smartphones und wird direkt an der bestehenden Türklingelverdrahtung angebracht. Das Gehäuse ist sehr kompakt gehalten, hält Temperaturen zwischen minus 21 Grad und plus 48 Grad Celsius Stand und ist auch gegen Nässe geschützt. Anhand austauschbarer Blenden können Sie die Klingel farblich an Ihren Türrahmen anpassen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Türklingeln wird diese mit dem heimischen WLAN-Netz verbunden und verfügt über eine Full-HD-Kamera mit Zwei-Wege-Audiosystem, wodurch Sie mit Ihren Gästen kommunizieren können. Auch von unterwegs aus sollten Sie nicht zu Hause sein. Die Kamera deckt ein Beobachtungsfeld von 160 Grad ab und wird durch Betätigen der Türklingel sowie Bewegungssensoren ausgelöst. Sie liefert dank Infrarot auch nachts klare Bilder. Für präzise Alarme können auch individuelle Beobachtungszonen eingestellt werden. Um Benachrichtigungen zu erhalten, benötigen Sie für mobile Endgeräte oder PC die Ring-App für iOS, Android und Windows 10. Mit ihr erhalten Sie Überblick über ausgelöste Alarme, verpasste Besucher und können live Ihr Grundstück beobachten. Behalten Sie den Überblick über Ihre Besucher mit der Ring-Video Türklingel Pro. Behalten Sie den über Fellow aus Thymer aus sich in die Ring-L € oder Software als Katherine Republicstaat. Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020